Sprach und Gang zum Kühlschrank. Ja, ne? Hammer, ne? Jetzt wisst ihr mal, jetzt wisst ihr, liebe Zuschauer, wie Consumer in Wirklichkeit ist. Ja, benehmen... Was? Bitte was? Bitte was? So, äh, meins hat Radlbergschmack. Radlbergschmack? Brrrr. Hä, wieso trage ich keine Maske mehr? Ach, jetzt. So, ich setz mal 100 auf mich. Mein Lieblingspiel ist der Zapfhahn. Der Zapfhahn, ja. Stimmt. Gefolgt vom Bierbauch. Wer einatmet, muss ausatmen. Wer einschläft, muss ausschlagen. Aber, das sieht schon zu furchtbar aus, hier. Hm. Viel Platz, wie Hamster. Lass mich! Consumer. Ja, wenn ihr gegen Gas gebt, kann ich ja nicht mehr. Also, ich fahr jetzt nicht. Ne, nur damit ihr es wisst. Wie ihr fahrt? Wer fährt denn? Rico fährt. Was war das denn? Nein! Ich fahr geradeaus, und dann wisst ihr, was passiert? Das Spiel drückt mich irgendwie nach rechts und links gleichzeitig. Okay. Muss ich in die Rampe rein, oder muss ich geradeaus? Ach, geradeaus, okay. War richtig. Äh, wo muss ich denn? Oh Gott, wo muss ich denn? Nein, runtergefallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wie ich Loopings hasse! Oh, ernsthaft. Wie gemein das ist, dass du da erstmal vor dem Zaun fahren musst. Nein, nein. Consumer hat selbst Mord begangen. Oh, freut euch schon mal nach oben zu kommen. Wer ist denn da hinter mir? Das gilt nicht, wieso kann er so schnell sein? Hä? Windschatten. Ah! Ne, ist glaube ich aus, oder? Oder ist Windschatten dann? Ich kann die Gerne nicht fahren, Adi. Oder doch. Okay. Ja, aber bergauf, älter. ist nicht richtig ähnlich warm. Wieso seid ihr über die coffee? Was denn das für ne scheiße? Hääääääääääääääääääääääää Squadhäал Nein, nein, nein. Ich explodier den Auto. Danke. Danke! Oh Gott, oh Gott. Das geht nicht gut. Oh Gott, ne Sara. What the fuck? Was ist das denn? Ach du Scheiße. Was ist das denn? Nicht die Wellen treffen. Nein, Auto. Nicht die Wellen treffen. Oh, das ist nett. Danke. Ja! Ja! 100 Dollar auf mich gewettet und ich bin der Erste! Ja! Ich freue mich wie ein Schnitzel. Yeah. Oh, okay. Was ist das, ey? Meine Fresse! Ich bin ja in dem Ruhrvergangsnormale. Mal klöpfen mich einmal über mich selbst drüber. Da kam die Röhre noch. Prost! Prost! Ja, ich muss gleich hungern. Ich glaube, das mache ich jetzt mal eben. Warte mal. Was musst du? Nudeln holen? Ich sowas hasse, ey. Ach, ein schöner, gemütlicher GTA-Abend. Der hat einfach irgendein Schuh gewichst. Stößchen! Darf er das? Aufs Müschen! Stößchen! Darf er das? Darf er das? Ja, stoßen! Aber ich sehe gerade, ich bin auch noch drin. Hört Kim uns? Ja, nein. Ja, nein. Was denn jetzt? Kannst du ihm entscheiden? Ja? Was soll ich machen? Was? Bettchen? Verstehe ich nicht. Du sollst das Bettchen machen. Ob du behindert bist, habe ich gefragt. Ob du behindert bist? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh, yeah, 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 yeah. Er hat in ihren Internet-Dingen. Das ist wieder fein. Apple, Apple, Apple. Ja, genau. Mach mal fest, mach mal feste Kamera. Eh gut, natürlich. Soll ich? Nein, du Gottes. Nein, du Gottes. Nein, Alter, nein. Was war für eine schritte Beute? Ey, soll ich? Alde, soll ich? Voll normal, Alde. Ich mache, Alde. Alde, ich schwör, Alde. Unser Internet-Druck, ey. P, P, A, P muss sein. Ja, P, P, A, P. P, 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 P. Setze ich jetzt noch mal was auf mich? Alter, schrei doch nicht. Uah. Ne, ich glaube, ich setze diesmal nichts auf mich. Ich setze mal diesmal auf... Auf Consumer. 100. 200 sogar. Ich bin mutig. Ich setze mal 200 auf Consumer. Auf seinem geilen, Alter. Auf seinem geilen, engen, grünen Lederanzug. Rrrr. Kronos. Hallo, Freunde. Na, wie schaut's aus? Geht's jetzt los? Danke. Fährst du jetzt wieder, Kevin? Ja, ich fahr jetzt wieder. Ach so. Alter. Consumer. Was? Ich fahr auch in die Kurve gleich mal. Du sollst erster werden. Ich hab 200 Dollar auf dich gesetzt, Alter. Fahr. Ciao. Danke. Jetzt hab ich den Punkt verpasst. Wie kann ich auf der normalen Strecke, wenn ich nur ein Stück dran vorbeifahre, den Punkt verfassen? Du heißt Kevin. Ich würd mich mal fragen. Nein! Nein! Ah. Mist. Vorsicht. Alter, was ist das denn? Oh Gott. 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 Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Yeah! Du hast mich gerammelt, Sascha. Ja, hab ich. Ich wollt mal dazu stoßen. Warte ich mich rauszurammeln. Der zog schon so komisch rüber. Ey! Hau ihn raus! Warum war ich nie so langsam? Weil ich ihn nicht... Alter. Oh, wie miese Kurven. Da steht jemand quer. Hallo! Äh. Wer? Oh Gott. Oh, ist das fies. Müssen wir abbiegen? Hün? Alter, du Dreck-Sau. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Doch. Bei. Yeah. Keine Schleichwerbung. Nee. Nee. Kannst du mal bitte das Produkt mit dem Apfel, äh... Wunder auf dich gesetzt. Nein. 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 Uh. Uh. Ja, mein Auto fährt nicht mehr. Ja. Ah, jetzt. Mach mal das Mikrofon kurz auf. Diese dreckige Lache, ne? Oh. Ah, ich fühl mich so frei, wie ein Vogel. Wie ein Vogel. Flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Und... La 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 la. Uh. So. Nyaung. So. Willkommen zurück. Achso, hast du ja jetzt gefesselt und geknebelt, oder was? Damit es so ruhig ist. Ja, lass rum. Achso. Ja, dich gefesselt. Ja. Wieso habe ich denn so einen komischen Pixel auf dem Bildschirm? Ist der Bildschirm kaputt? Ich habe einen Pixelfehler im Bildschirm. Das ist nicht gut. Ein Pixelfehler? Ja. Ich habe die Vermutung, dass es wahrscheinlich... Warte, das ist sogar in der Aufnahme. Das ist bestimmt von der Elgato. Das Licht irgendwie... Wie, wie, wie Wichsel. Wichselfehler. Ein Wichselfehler. Wichselnfehler. Was? Ja, genau. Genau, das passt eigentlich. Face palm. Ja, ja, das passt. Das trifft es eigentlich genau. Komm, ich habe eigentlich auch neue Emojis hier, ne? Oh. Da hat jemand ja einen schönen Phil hier gesetzt. Was? Wer, wo, wer, wo, was? Ja, mach' ich gar nicht mitgekriegt. 6500. 6500 hat er hier gesetzt. Ihr wettet, was? Yeah. Ich habe keine Ahnung auf wen. Auch nicht. Ich habe jetzt knapp 3000. Ja, auf sich selbst. Meinst du, der setzt auf uns? Wenn du überhaupt was, wenn er auf sich selbst setzt? Äh, setzen tut? Ja, wenn du gewinnst, ja. Wenn andere noch auf dich setzen, ich glaube dann ja. Ich bin mir da... Gar nicht so sicher. Yeah. Yeah, lalalalalala. Was ist hier? Hallo? Mmh. Blankton ist ein Suchti, der hat 3x85 Stamm. Hammer, ne? Was? Suchti. Was habe ich denn rum? Wieso gibt es denn hier keinen T20? Dafür gibt es den T30. Ja, aber bei mir gibt es keinen hier. Der war so schlecht. Ernsthaft, jetzt? Sehe ich das gerade richtig, was das ist? Mmh. Ja, will ich kaufen, so. Okay. Ja, dann würde ich sagen... Was? 1001 Rent verloren. Achso, du spielst jetzt nicht mehr, ne? Ja, ich spiele es nicht mehr. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist eine gute Information, das finde ich gut. Das ist sehr gut. Gut zu wissen. Alter! Was ist das denn? Das gibt es gar nicht. Wie sie mich direkt am Anfang raushauen. Das ist sehr unfassbar. Okay, dann wollen wir mal. Da ist schon einer ausgestiegen, aus dem Auto. Ja, das bin ich. Ich renne euch hinterher. Okay. Hui. Engler-Sau. Da kann ich nix für. Ich spiel nicht. Ich hab meine Hände voll. Schön groß. Ja, ich brauche mir das, ja. Ja, ich spiele noch nicht. Dann fahr lieber. Du sollst fahren, wenn ich keine Waffen umgehebe. Das heißt, du bleibst keine Freundin mehr. Alter, voll der jenige Sprung. Ja, jetzt, jetzt fahr ich. Nein! 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 Scheiße! Verdammt! Das gibt es da nicht. Nein, doch! Oh, ist das fies. Alter! Oh, los! Boah, ab in den Sonnenuntergang. Jawohl! Du willst mir doch nicht erzählen, dass du nicht fährst, Kevin. Ich fahr wirklich nicht. Okay. Das war ein guter Schachzug von mir. Wir müssen doch nicht warten. Wenn wir nicht. Ich bin jetzt auf dem Stratzer. Ich hab mich einfach nur links daneben gedrängelt. Na, ich gesehen. HA-HA. Punkt verpasse. Hey, was tut! Was ist das denn jetzt? Habe ich den Checkpoint verpasst wegen so der Scheiße? Jawohl, da steht mein Auto. Ja, uahaaah. Yeah! Hä? Nein! Doch! Wow! Die hat sich ganz selber rausgeschossen. Will was? Wow! Du bist zurückgefahren, oder? Nee. Hä? Du bekommst mir aber gerade entgegen. Naja, weil du ein Stück gerade ausgefahren bist, bin ich... Hast du mich so ein bisschen rausgeschickt? Nee, du bist mir gerade entgegen gefahren. Naja, weil ich den Punkt vergessen habe. Weil ich oben gesprungen bin. Ach so, ja. Und ich bin von da hin angekommen. Oh, wie fies. Und da bin ich ganz langsam gesprungen, dass ich das schaffe. Und dann bist du mir von entgegen gekommen. Ich glaube, ich kann fliegen. Oh, der ist geil. Ich bin gar nicht an mich angekommen. Weil ich so viele Angehörungsmenü schmissen hätte. Ich bin gar nicht an mich angekommen. Ja. Oh, sorry. Ja. Ja. Ja, zwei Stück noch. Die fahren alle. Ja. 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 Ich will den Punkt haben. Wisst ihr eigentlich, wie schlimm es ist, wenn man ihn so zuguckt und man nichts dagegen machen kann? Ja. Ja, ne. Schlimm, oder? Was? Ey, Scheiße. Boah, der ist ein Schwein. Boah und ja, der gibt mir meine Stöpfe aus dem Ohr. Oh, vordere jetzt mit einer Scheißkarre vorwärts, man. Ah, ich... Einmal runter. Tschüss, Konsoma. Tschüss. 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 Was? Komm, das schaffst du noch! Komm! Nein! Ich dachte mir, komm, legst du vorm Ziel noch eine. Hab ich gesehen, ja. In dir? Oh, ich kenn dein Inneres. Oh, 286. Seewachs um 30. Das stört mich mal Bilder. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie Konsum mir da abgefallen ist. Gefällt mir gut. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Schon mal Wecker für morgen stellen. Ach, ist das schön. Stößchen. Stößchen. Zum Montag? Na klar. Zum Feiertag? Äh. Ja. Ich... Hallo? Konsumer? Oh, Entschuldigung. Ach, Entschuldigung. Ach, Entschuldigung. Ach, Entschuldigung. Ach, Entschuldigung. Ach, Entschuldigung. Nein. Nein. Das bleibt alles ungeschnitten drin. Falls es auf YouTube kommt. Genau. Ich war's. Kim war's. Kim war's. Ist nicht da. Ist du schon. Egal. War's trotzdem. Aus dem Hintergrund. Einfach eiskalt aus dem Hintergrund. Ja. So. Ja. Aha. Plankton. Aha. Wieso scharte ich eigentlich immer relativ vorne? Ich versteh's nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß doch jetzt schon, dass Konsumer mich versucht... Es war so klar. Es war so klar. Es ist so ein Drecksack. Du bist so ein... Ein Waschlappen. Was ist jetzt passiert? Ähm. Alter, du bist so ein Schlumpf, ne? Das ist unfassbar. Ich mein... Ich mein, es trifft ja sogar zu. Das ist ja das Schlimme dabei. Weil er grün ist. Und klein. Ey, was ist das für eine Scheißhau... Scheißhau ist kacke. Hallo. Ja, weißt du, wenn du zu scheißest. Ich fahr scheiße. Alter. Fahr mit deinem grünen. Töf, töf. Ohne Scheiß. Fahr bloß. Alter. Ich fahr gleich mal... Oh Gott. Äh. Oh Gott. Aua. Ja, toll. Nein. Das war's. Diese dreckige Lache noch von Konsumer dabei. Ja. Ich mag die. Ich mag die. Oh komm, das war mies, der Turbo da gesetzt. Oh, ist der fies. Hä? Ist das nur ein Röhrenrennen? Alter. Ich weiß ich nicht. Mach dich mal weg da. Ich komme. Äh. Oh Gott, ich seh nix. Die wurden anscheinend... Die wurden anscheinend ein wenig geändert. Äh, was ist das denn? Wo muss ich denn... Hä? Wieso fährt mein Auto nicht mehr? Wo muss ich denn hin? Unten. Und da. Durch die kleine Schlüppe. Ach da. Oh Gott. Durch den Schlitz. Durch den Schlüpper. Hahaha. Durch den Schlitz. Mein Dualshock-Controller ist gleich leer. Das ist natürlich super. Mitten im Rennen passt's. Boah. Kommt's natürlich sehr schön. Ich darf doch noch ne... eine halbe Stunde halten. Naja. Mindestens. So. Jetzt aber hier. Wo geht's jetzt hier lang? Ich seh nix, weil es nur nach oben geht. Boah. Was ist denn mit der Scheiße hier los? Das geht hier auf den Sack. Scheiße mit der Scheiße. Das ist ein Knöpf. Das steht drauf. Ein Öff. Ich hab nur einen schwarzen Bildschirm. Ich weiß nicht, was das soll. Die Kameraführung ist direkt am Arsch. Alter. Wie weit denn noch nach oben? Irgendwann muss doch mal gut sein. Da tut immer oben was an, die sich... Alter. Ernsthaft. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt... Ich weiß gar nicht, ob ich richtig fahre. Jetzt haut mich da einer gerade raus. Ey, da ist es doch unfassbar. Beim Hochfahren. Ich fahre nicht richtig, weil ich bin Letzter und ich bin halt woanders. Also bin ich hier irgendwie falsch. Okay. Du bist doch nicht Letzter. Du bist auf dem Dritten. Ne, ich bin auf dem Dritten. Hä? Ihr seid jetzt ja in der Rückseite. Ich fahr doch richtig. Ich bin Letzter. Nein. Oh ne, oder? Ach komm. Ich muss nicht lang gefahren. Ich muss auch nicht lang gefahren. Das gibt's doch nicht. Ich muss auch nicht lang gefahren. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß normal machen, weil mir da eine Röhre entgegengekommen ist und mich rausgehauen hat. Oh ernsthaft, Alter. Es ist ja... Ist das hohl. Ist das... Warte mal runterfahren. Ja, runter wäre nicht so schlimm, aber rauf! Und wenn du oben den Dings nicht kriegst und genau oben, wo dir einer entgegenkommt, den Sprung nicht schaffst, dann kannst du da noch einen Checkpoint hinmachen. Na warte mal, wenn du runterfährst. Ja, ich muss erst mal raufkommen. Und bleibst dann stecken. Challenge accepted raufkommen. Oh, dieses Mal geschafft, Dude. Das kann hier wahr sein. Zwei Millimeter da unten nicht durchgekommen. Ach, guck mal. Kevin ist auch da. Yeah! Nein! 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 Alter, fick dich! Und ich hab hier nicht. Und ich darf hier wieder von unten anfangen. Ach, das ist toll ich ja. Ich hab keinen Bock mehr, gleich ohne Scheiß. Jetzt darf ich schon wieder da rauf fahren. Hента dreckigen Gelacken, vom Konsum an, hений nee hhillje he 2021. Jawoll Lass, lass mich da innen. Nein, fall... Fall doch nicht rauf. Boah. Woah! Alter, das was steht drunter, warte. Ich glaube, da kam gerade Konsumer mir entgegen.